Ich wähle Günter Krings, weil er ein sehr authentischer Mensch ist, der sowohl der jungen Generation als auch der älteren Generation immer das Gefühl gibt, ernst genommen zu werden. Man kann mit ihm sowohl Spaß haben, als auch sehr ernst über Themen diskutieren. Und das ist für mich Grund, eben Günter Krings auch zu wählen.